Schmauzen Schmauzen Nicht am Coaten Nö Wobei ich den Coat leider... Eigentlich bräuchte ich den Grappling Hook Gibt's nicht schon Grappling Hook wäre jetzt noch OP Falsches Mod Pack Grappling Hook OP Boah ihr habt alle soviel Erz noch drin das reiß ich gleich einfach aus Hoppling Hoppling For the Blacks So machen wir das mal schnell hier hin Normalerweise müsste ich das Mana so langsam mal sammeln Das bleibt so Der Server ist noch nicht wieder abgestürzt Komisch ne Noch nicht Vielleicht sind wir nicht Frag mich echt wer die Wicks dahin gestellt hat Keine Ahnung Die standen glaube ich dort die ganze Zeit schon Aber nicht wo wir gestartet haben Auf jeden Fall nicht Wahrscheinlich Lenny wieder hat das Scheiße gebaut Lenny ist immer schuld Sag doch nicht sowas der arme Junge Schuld Körbische Pricks Lenny ist immer schuld Sag doch nicht sowas der arme Junge Schuld Ne Äh Ja hier schmeiß Albon rein dann geht der Strom bisschen weg Ein bisschen Jetzt wird der Strom gleich nicht mehr da sein Glaub mal Naja weil nichts nachproduziert wird Wir haben doch AG genug Vielleicht Wir haben jetzt schon zwei Ebenen ne Ja Ja lass mal so Dann sollen die ja jetzt wachsen Die Bären teilweise schon erstmal Dass sie auf die zweite Stufe gehen Dann können wir die dritte abwehren und verteilen Das ist natürlich OP Wir haben noch zwei Stück da drinne Das heißt wenn ich jetzt gleich nochmal einen Stack damit mache Ja das mache ich mal eben Äh das ist ja Alter das hat gerade geleckt Ja Bei mir nicht Ah ich flieg eher durch die Gegend Das ist halt ab und zu mal Ja nur weil du durch die Gegend fliegst Ja Warum brauchen wir Bären so Aber ist ja nicht schlimm Alles gut Äh was sollen wir denn hier noch Irgendwann die Bären Ja blaue Bären könnten wir auch nehmen aber Da müsste man einen zweiten Köfter machen ne Blaubeer blaubeer Ja Aber naja Obwohl Ja Weißt du was wir mit dem blaue Bären machen Die nutzen für uns Ja das ist auch ne gute Idee Dann mache ich die 15 blaue Bären Mache ich da hinten so ne kleine Ecke für uns Witzig Was wir sagen Die Westbabys soll ja Dann irgendwo anders hinpumpen Und die blaue Bären auch Und die blaue Bären auch Und sie wird Boah leck Ach warum Den ich jetzt mal gar nicht Oh ne Ja Büschen Ich brauche jetzt nur einen Blaubeer Busch Habe ich glaube ich sogar dabei Ne Dann habe ich ein 4x4 Feld Das reicht für uns glaube ich Oder Ja denke ich aber auch Obwohl wir fressen so viel Obwohl wir haben genug anderes zu hier her lassen wir Ja das läuft auch noch offline Musst du denken ne Oh mein Gott Wir müssen das Ding automatisieren definitiv Wir müssen eine Deep Storage bauen Eine Eine Zehn Wir haben das Ding mal nicht automatisiert gehabt Und hatten trotzdem ein paar 64k Festplatten voll Woll Ja wir lassen das ja automatisieren mit Strom Ja klar Deswegen werden da nicht nur ein Generator verbrauchen Immer gucken Einen Generator Gucken wieviel er verbraucht Wenn das Ding zu viel produziert Die zweiten dran hängt Immer so weiter Ja Im Ende sind wir bei der Reihe 150 Milliarden Generatoren Gibt da nicht Gibt es da nicht die zweite Stufe von Ja ja Die kannst du jetzt Acht davon können zusammen Achtfachen Achtfachen Ja dann machen wir hier so Machen wir eine Transform-Node Machen wir dann einfach Oh nein Tastatur Machen wir halt eine Acht-Wochen-Node Machen wir halt eine Acht-Wochen-Node Machen wir halt eine Acht-Wochen-Node Wo ist mit dir Alter Hält ein Schaden weißt du Ach Hast du jetzt erst gemerkt? Nö Ich weiß das schon ganz Zeit Laufgott irgendwie voll krass an seinem Zuhause vorbei Sack Boah das wurde ein krasses Standbeil bei mir Ja warte erstmal mit dem Fliegen Moment sonst Warte mal Das ist so ein Ding okay Was? Warte Warte doch mit dem Fliegen etwas Warte doch mit dem Fliegen etwas Es steht so ein fetter Strohmann Äh darunter ist der Spawner Ja? Jaja darunter ist ein Spawner Unter dem Strohmann ist immer ein Spawner Willst du die Koordinaten haben? Äh Oder einfach abbauen Bau ab Brauchen wir nicht Ähm mit der Portigan kannst du den holen Ich habe jetzt extra da hinkommen Erst verstanden 200 Blöcke Ja gut 475 aber Ja das ist Warte mal Ich mach einen hier hin So wo muss sie hin? Äh 167 Moment Äh Ich kann noch hier hin 167 180 Warte mal Warte X ist? 167 167 Ok Und Z? 180 180 Ok Äh Save 1 1 Da hinten Purp Bist du in äh Westlich gegangen? Bin so eine Art Runde gegangen ja Ne das ist das nicht Hä? J 206 206 Ne das ist was anderes Da ist der Bad Big Bad Quiz ist da Da ist mein Tod Siehst du unser Haus auf der Map? Jaja Dann ist da halt der Berg Rechts davon Man kann doch eigentlich Rape Panzer stellen oder nicht? Ja mit drauf klicken Einfach Doppelklick glaube ich Ja? Ja Doch nicht Doch Also 176 Und Ah 167 Und was das andere? 180 80 hoch 80 Da hab ich doch nen Port gemacht Das ist bei mir aber Darunter Kann das passen? Könnte Ich hab jetzt so Noten Das Die Portal Gun Ähm Ja Bei mir ist halt an dieser Stelle noch dieser komische Baum geladen ne? Manaspreader Redstone Manaspreader Okay Ja das kann sein Haben wir vielleicht einen Goldbarren? Einen Für bestimmt ein paar mehr Bestimmt Ne ich hab das Ist das geil ist? Centus kann keine Goldbarren machen Ich hab das ganze Pulver erst bei mir in der Tasche Gerade Warte Ich komm eben zurück Hi Oh leck, 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 leck Oh ich hab nen Harvest dabei Cool Ich tu dir einen in die einzelne Küste neben der Trashcan Außer nur einen Goldbarren ne? Ja Okay Mh Du bist grad zuhause? Ich hab dir den gerade wieder hingetan Hm? Ich hab dir den gerade wieder hingetan Ich bin da mit der Portal Gun unterwegs So weil Ist grad ungewirkt Oh Ja ich komm wieder zurück Mich ist das hier hinten nervig Ja du musst halt laufen Wir arbeiten auch immer in der Nacht Ja Aber ich bin so auf dem Crafting Table Deswegen Ja Das ist eigentlich mal ein Problem Hab ich schon nicht gesagt du Herz Maul Ich tu ihm die Hälfte wieder in Strom umwandeln Ich komm sofort WTF Hm Er hat nur noch die Hälfte im Generator gehabt Und Strom Ach so wie nicht Derp Hab wieder die Hälfte Hab wieder 32 Stück reingepackt Derp Beim Strom an Nö Ja ich hab ihn abgebaut komplett Ja aber hast du da drunter rumgebuddelt? Ja da ist ein Spawner Achso hast du schon freigelicht Super Hm Hm Irgendwie kann diese Ach da bist du Loll und wo ist der jetzt? Da Okay dann passt das ja